Eintracht Frankfurt ist weiter auf Shopping-Tour und nun steht ein weiterer Verteidiger auf der Wunschliste der Hessen und das ist ein sehr interessanter Mann, sein Name Aurele Amendar von den Young Boys aus Bern und wir besprechen mal, wie konkret die Verhandlungen schon zwischen den beiden Vereinen sind und ob er der Frankfurter Innenverteidigung auch weiterhelfen kann, all das in diesem Video. Und wenn euch meine Videos gefallen, gerne eine Bewertung dann lassen, gerne auch den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen und wir starten mit dem Video. Nach dem Transfer von Donny van de Beek vom Manchester United ist man bei der Eintracht weiterhin auf der Suche nach neuen Spielern, nach dem Geldregen von Colomani hat man hier natürlich einige Optionen und sowohl in der Verteidigung als auch im Sturm sollen neue Spieler noch kommen. Und bei einem Spieler in der Verteidigung soll es schon sehr konkret werden mit einem möglichen Transfer und es handelt sich hierbei um Amendar von den Young Boys aus Bern. Ganz kurz zur Aussprache, ich weiß nicht, ob man es französisch oder ganz normal im Deutschen ausspricht, aber ich gehe mal mit Amendar, hört sich eher französisch an. Da könnt ihr mir vielleicht die Schweizer Fans oder die Fans von den Young Boys gerne schreiben, ob das richtig so ist. Auf jeden Fall hat man sich laut Florian Plettenberg von Sky schon auf eine Ablöse zwischen 8 und 10 Millionen Euro geeinigt. Und es soll nun mal eine Frage der Zeit sein, bis der Schweizer Innenverteidiger nach Hessen wechselt. Sky schreibt, dass es schon eine Einigung gibt, aber es noch nicht ganz sicher ist, ob dieser Transfer im Winter oder im Sommer stattfinden soll. Die Eintracht-Bosse sind optimistisch, dass es dann doch im Januar schon klappen kann und die Young Boys sollen sich auch schon nach einem Ersatz für den jungen Schweizer auf dem Transfermarkt umschauen. Dementsprechend kann dieser Deal in den nächsten Tagen durchaus schon stattfinden. Aber viele Fans der Eintracht werden sich jetzt natürlich fragen, wer ist der gute Mann überhaupt, kann er verteidigen und ist er überhaupt eine Verstärkung für die aktuelle Abwehr von Dino Topmöller. Und das werden wir uns jetzt mal alles genauer anschauen. Kurz mal zum Spieler selber. Amendar ist 20 Jahre alt, ist in der Schweiz geboren, spielt auch für die U21-Nationalmannschaft. Der Eidgenossen ist 1,97 groß, also ein richtiger Hühner. Position Innenverteidiger, wie ich schon vorher erwähnt habe. Und sein aktueller Marktwert liegt bei 5 Millionen Euro laut Transfermarkt. Kommen wir mal zu seinen spielerischen Qualitäten und das hat der X-Account Swiss Scouting auch etwas genauer mal betrachtet. Denn er ist grundsätzlich ein sehr großes Talent in der Schweiz. Als Innenverteidiger natürlich auch gut gefragt und jemand, der aufgrund seiner Körpergröße natürlich auch eine ordentliche physische Präsenz mitbringt. Also er ist sowohl stark in den Zweikämpfen als auch stark in der Luft, denn mit seiner Größe kann er die Kopfball-Duelle meistens auch für sich gewinnen. Für sein Alter tritt er auch schon sehr ruhig und entschlossen am Ball auf. Hat auch schon in der Champions League für die Young Boys gegen unter anderem Manchester City gespielt, auch gegen Leipzig zum Beispiel. Und hat einen sehr guten Spielaufbau, bei dem er oft lange Bälle auch schlagen kann und diese präzise auf seine Mitspieler bringt. Seine Schwäche ist vor allem das enge Raum verteidigen. Das heißt, gegen kleine wendige Spieler ist er aufgrund seiner Größe einfach auch noch etwas unbeholfen. Das heißt, er hat nicht diese Reaktionsschnelligkeit, um die Spieler vom Ball zu trennen. Das hat man vor allem gegen City in der Champions League gesehen. Als zusammengefasst ein sehr physischer Verteidiger, ein sehr großgewachsener Verteidiger mit guten Spielaufbauqualitäten, aber trotzdem der noch sicherlich seine ein, zwei Jahre braucht, um ein solider Bundesliga-Verteidiger zu werden, meiner Meinung nach. Aber was bedeutet das jetzt genau jetzt für die Eintracht? Prinzipiell zeigt das ja jetzt auch momentan den Weg, den man einschlagen möchte, junge Talente verpflichten und unter Top-Möller entwickeln lassen, damit sie eben mal sehr gut werden. Das ist mit Hugo Larsson im Mittelfeld schon sehr, sehr gut gelungen und könnte mit Amendar auch stattfinden. Außerdem bekommt man eine weitere Verstärkung für die Abwehr, wo auch unter anderem Robin Koch natürlich jetzt den Abwehrchef macht, Tutor natürlich auch spielt und somit hätte man auch auf dieser Position einen guten Backup, der natürlich noch lernen kann, eben von Robin Koch zum Beispiel auch, aber er braucht auf jeden Fall noch seine Entwicklung von ein bis zwei Jahren. Nichtsdestotrotz, wie ich schon vorerwähnt habe, hat er natürlich seine Champions League-Erfahrung schon gesammelt bei den Young Boys, ist dort aber auch nicht hundertprozentig gesetzt, deswegen hat er sich auch angeblich beschwert bei der Vereinsführung, dass er mehr spielen will, deswegen ist auch ein Wechsel sehr wahrscheinlich von dem jungen Schweizer Innenverteidiger. Dementsprechend kann dieser Deal durchaus stattfinden und er ist laut Sky auch schon recht fortgeschritten, aber was haltet ihr von diesem möglichen Deal für die Eintracht? Findet ihr, haben wir da wieder zu Eintracht Frankfurt passen oder sagt ihr, man sollte eher auf erfahrenere Innenverteidiger gehen? Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare rein, würde mich sehr interessieren und ich diskutiere natürlich wie immer gerne mit und falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, da auch gerne den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen und ich wünsche euch noch einen sportlichen Tag, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao!